Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben eine neue Übung ab, die wir schon mal hatten. Wir gehen so ein bisschen in die Stabilität für die Drückbewegung, Schultermuskulatur, Oberkörper. Ihr kennt das schon, wir hatten hier im Liegestütz Schulterantippen. Das ist quasi unsere Ausgangsübung und ihr toppt die jetzt ein bisschen, quasi High Level. Das heißt, ihr könnt hier einen Tisch benutzen, wie gesagt, unterprüft wieder, ob das alles hält, und sicher steht und hier die Freck schiebt und tippt hier eure Schulter an, dass wir mehr Belastung auf die Schulter bringen. Oder ihr geht quasi hier hoch und tippt hier an, als Äquivalent für den Handstand. Oder am besten ihr macht es gegen eine Tür, rundherum Freiraum, geht direkt in den Handstand, stellt es stabil hin und tippt hier die Schulter an, in den Handstand. Okay? Guckt, dass ihr Platz habt, macht es am besten an einer Tür. Im besten Fall so, dass niemand durch die andere Seite reinkommen kann. Viel Spaß, bis später, ciao.